was geht ab leute und herzliches willkommen zu einem neuen von last best video schaffe ich es alle 57 winner des großen preises von silvestone richtig zu erraten wir haben dafür satte 15 minuten zeit ich bin unfassbar gespannt abonniert unbedingt gerne channel kosten lasst und wir starten direkt rein 1950 vorhanden würde ich mal sagen oder bansch das doch nicht marina vielleicht machen genau 51 eventuell askariu zweimal muss vielleicht wir probieren auch alle briten durch also über hamilton natürlich dann haben wir halt zweimal sechs und er ist zwar schotter aber ihr wisst was ich meine 2000 die wir von uns seins ganz einfach 20 botos eventuell botos ja botos schreibt man auch so nein aber es ist nicht botos wir haben natürlich vettel damals wir haben 2020 verstauten so 2013 eventuell weber doch nicht 2013 eventuell rosberg genau 2011 wir haben viertel schon bei alonso 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 ja 2007 button Kimi, der ist ja weltmäßig geworden. Reikuner? Ne zwei Grad. Reikun. Soderler, 2005. Schwierig, schwierig, Schuhmacher. Eventuell, nein. 2003. 96 könnte, 97 könnte Villeneuve gewesen sein, oder? Villeneuve, oh, zweimal. Der Hill vielleicht. Also wir sind da unten, 90. Das ist jetzt sehr schwierig, das Ganze. Ja, gucken wir weiter. Vor 2001, es ist unfassbar, ich weiß nicht, wer vor 20 Jahren gut war. Hakkinen eventuell? Ja, doch. 1995. Manslow? Oh, gleich dreimal. Dann gehen wir in die 90er. Proust war das, oh, wie oft Proust gewonnen hat. Senna eventuell? Ja. Ja, und dann haben wir schon mal ein paar Gute hier. Dann 81. Wer könnte denn in den 80ern gut gewesen sein aus Großbritannien? Da gab es kaum etwas. Da gab es wirklich kaum etwas. Ähm, Brabham hat auch einmal gewonnen. Sertis? Sertis? Nein, hat nicht gewonnen, okay. Ähm, noch ein Brite. Hill. Ah, hatten wir schon. Graham hat nie gewonnen, das ist auch interessant. Ähm, 2003. Schwierig, schwierig, schwierig. 81. Ähm, Berger eventuell? Nein. Ja, ich bin irritiert. Wer ist in den 70ern gefahren? Fittipaldi. Fittipaldi. 90ern. Ähm, Icon. Mutter hat, Herbert. Johnny Herbert. Herbert. Ja, Johnny Herbert. 81. Puh. Jetzt wird es schwierig. Ähm, Stuart eventuell. Ja, weiter oben, das war mir auch klar. Äh, der gute alte Jim Clark. Clark. Hat dreimal hintereinander gewonnen, das ist sehr einfach. 58. Ähm, Hardrun oder wie das ist? Ich weiß nicht genau, wie man den schreibt. Könnte es sein, aber auch Brite. Ähm, ich finde es blöd, dass die Nationalität nicht hier dabei ist. Das wäre natürlich um einiges einfacher. Wir gucken aber mal. 58. Wer ist denn da noch so gefahren? Ähm. Ja, das ist jetzt Varina, Fangio, Ascari, ähm, mir fällt gar nichts mehr an. 2005, vielleicht Fiese Kelle? Fiese Kelle? Nein, okay. Sehr interessant. Barry Kelle? Barry Kelle? Auch nicht. Gut, 51. Ich habe gar keine Ahnung. Das kann wirklich, vielleicht Musou. Nein, Musou war es auch nicht. Mehr kenne ich von dieser Zeit nicht. 70er Jahre, Fittipaldi hatten wir schon. Ähm, Piquet vielleicht? Piquet? Nein, auch nicht. Ähm, Fittipaldi, Piquet. Ähm, na, wie heißt denn der? Na, wie heißt denn der? Fittipaldi? Und wie heißt der andere Brasilianer? Fuck, wie heißt der andere Brasilianer? Ähm, fuck. Prost, Piquet. Mir fällt gar nichts mehr an, Leute. Es sind die 70er, die mich hier richtig ins Verzweifeln bringen. Briten aus den 70ern. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Weiter. Ich muss mir Inspirationen holen. Leute, ihr seht es auch hier. Wir googeln einfach Brasil Weltmeister F1. So, und da kommen wir. Es muss mir eigentlich nur der eine kommen, den ich brauche. Ich gehe mal auf die Weltmeister. Ich lese auch sonst nichts. Also, wir haben hier Amazon. Den hatte ich schon. Und dann hatten wir hier Nelson Piquet. Nein, ich will den anderen. Den anderen Brasilianer, bitte. Ähm, Piquet, Piquet, Piquet. Senna, Nelson Piquet. Emerson Fettipaldi. Es war, glaube ich, ein Piquet, den ich meine. Ja, es war, glaube ich, Piquet, den ich meinte. 54. Es ist verdammt schwierig. Ähm, 73. Wäre es in den 70ern noch gut gewesen? Ich weiß nicht, Leute. Wir geben mal auf. Geh ab. Und gucken uns das Ganze mal an. John Watson. Play Ragazzone. Ich gehe nach Briten, und da kommt der Schweizer. Juan Manuel, äh, Juan Pablo Montoya. Huh, doch, Barrichello. Ich habe einfach nur falsch geschrieben, okay. Peter Riffen, kenne ich nicht. James Hunt, natürlich. Äh, Peter Collins, nie im Leben. Jose Gonzalez. Tschüss, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Für heute war es mal. Leider konnten wir nicht alle erraten. Hättet ihr noch mehr gewusst, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr damit gerne in die Channel rauslust, dass ihr nicht verpasst. Und wir sehen uns heute morgen oder morgen wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.